Hey, ho, ich sitze zu einer weiteren Folge von The Suicide of Rachel Foster, her sind wir hier und heute geht's weiter mit Tag 6. Mal gucken, was uns hier erwartet. Half a serving, the other half ended up in the trash. Uh, I did find something, um, some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Uh, wait, wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay, okay, it's, um, it's VHS of the behind-the-scenes of a TV broadcast, but it's, it's all bullshit just to attract an audience. Uh, trust me that- Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right, sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. Uh, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but, uh, they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, uh, but I'm warning you, it's kind of, well, listen for yourself. Okay, okay, the lights look good. How about the headphones? I don't know, there's, like, a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones are better. We are about to enter a nightmare hotel, a place full of deceit and secrecy, where terrible lies were played out. I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no? Stan, where'd you leave all the gear? Room 117. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's getting off a glare and burns out the same... I told you, no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it, too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap, you freaking me... Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear, I... Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Okay. Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? That's the night scene. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, uh... 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. 117, yeah. 117, yeah. One, two, three, four. Jingleії, three, five, six. Also, three. Oh, 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 oh. One, two, three, five, six. Dingleились on the front. Ya, let's see. I'm a bit... afraid of him. 117. Das habe ich nämlich schon mal gesehen. Jetzt müssen wir wieder runter gehen. Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Erstmal nach unten. Ich weiß nicht. Ewald, das knarzen immer. Das macht immer. Ja. Ja. Garage. Screwdriver. Na ja. Kann man jetzt hier durch? Nope. Aber da drüben ist die Tür offen. Auch immer. Also ich würde mal hier reingehen, wenn das der Raum mit dem Lippenstift ist. Aber hier ist ein Schraubenzieher. Okay. Klingt ja gut. Irgendwas muss jetzt passieren. Wir sind von oben weg gegangen. Wir müssen jetzt wieder zurück. Wir sind von Klingeln. Gott. Willkommen dessen, wenn wir hier. Das ist creepy. Um. Möchte ich das wissen, wo es herkommt? Ich weiß es nicht. Möchte ich. Das wissen. Will ich das wissen? Ich weiß nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich glaube, ich werde beobachtet. in diesem Hotel. Also mal gucken. Was hier so drin abgeht. Oh yeah. Na dann mal rein, ne? Das sind Sachen. Das sind Sachen. Die ich auch anklicken kann. Aber erstmal gucken. Was hier so ist. Es scheint wirklich. Weil die Lichter brennen alle noch. Gut mal ein Badezimmer. Ist klar. Okay. Cool. Badezimmer. Sonst ist hier nichts also das, was hier am Tisch liegt. Ah. Guck mal an. Minimal Rachel, ne? Mal gucken. Ton fehlt irgendwie. Oder der Untertext haben wir noch. Geist gesehen. Einfach mal angucken. Den Untertext kann man ja lesen, falls es interessiert. Ich kann mich nicht bewegen. Also die Kamera zumindest. Mein erstes Band läuft nicht. Hier haben wir das hier. Jetzt wird er auswöhnen. Wie ist es hier so? Wenn es sich bewegt. Oh shit. Das reicht. Hier raus und go. Okay. Ich verschwinde. Und die Tür geht von selber zu. Hm. Hm. Ähm. Okay. Da hast du Videorekorder und so. Leere VHS Schüler. Ist irgendwas hier von Nutzen noch? Oh. Drei. Das Mikrofon ausnutzen. Oh Gott. Oh Gott. For fuck sake, Irving. Oh. What did I do? He gave me a heart attack. Sorry. I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. You should be. You're never gonna believe it. Oh. Tag 7. Schon. Hm. Fuck. Tag 7. Was kann ich jetzt gut ausprobieren? Hm. 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 Was wirst du damit sagen? Hm. Was wirst du damit sagen? I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well. I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. Two days ago you would have skin me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie slash defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody will have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm... I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Irving, are you hitting on me by any chance? Uh, no. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah. It's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery! Merry Christmas! Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. And... These are my memories, and, uh... Hey. Did you hear that? No. What are you talking about? Like a... Clinking. Uh... No. I-I don't hear anything. Sorry. I want to check. Uh... Okay. Huh. Die Frau hat's sehr gleichgeklungen, die im Hintergrund war. Let's clear this. Und das... Das ist so nett, aber suspect. Der Irving. Der Irving. Hier kann der durch. Oh, er geht weg. Es ist gut, dass wir sind, bin mir nicht so sicher. Wo komme ich hier raus? Erstmal kann ich auf die Map gucken. Keine Checklist. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Wait. Doch, ich komme hier raus. Okay. Ja. Ja. Ich bin, ich versuchte, wie ich dich erzähle. Ich fühle mich sehr nah an dich, Nicky. Gott, ich höre mich zu sprechen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Das ist sehr schön. Aber vielleicht sollten wir diese Gespräche aufzunehmen. Ja. 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 Das Bild? Es war so ähnlich, wie ich es erinnere. Keine Ahnung mehr. Wenn es zurückkommt, wir versuchen es herauszufinden. Sie wissen, für einen Moment war es schön, dass der Vergangenheit wieder zurückkommt. Wir haben immer eine Party auf 23. Dezember. Vielleicht haben wir es gehört. Es ist ziemlich gut bekannt in der Stadt. Das klingt fantastisch. Du solltest den Ballroom dann sehen. Ich kann es почти vorstellen. Die letzte Woche Rachel's Familie war da. Reverend Foster...